Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf Hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Server-Administratoren-Herz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorial-Reihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Manchmal kann es vorkommen, dass ihr von einem Server selbst die Pakete analysieren wollt oder müsst. In unserem Fall sieht das ganze Setup folgendermaßen aus. Wir haben tatsächlich eine Verbindung zu Proxmox aufgebaut. Wir bauen eine Verbindung zu Proxmox auf, um Pakete mitlesen zu können von zum Beispiel eingehenden Verbindungen, von der VMBR 0 Verbindung, also einer virtuellen Brücke und dann zu Open Sensing und vielleicht sogar zu den virtuellen Maschinen. Und leider ist das ein bisschen kompliziert, wenn wir das hier direkt auf dem Server machen. Wir haben letztes Mal uns angeguckt, dass man mit TCP-Dump quasi das machen kann, was Wireshark tut. Allerdings haben wir damit das große Problem, dass wir natürlich keine visuellen Ansichten haben. Wir können nicht einfach Wireshark benutzen, um die Pakete zu analysieren, so wie wir es vielleicht gewohnt sind, sondern wir müssen uns mühselig durch die Kommandozeile durcharbeiten. Und dann können wir das vielleicht in eine Datei speichern und dann können wir es in Wireshark reinladen und dann erst haben wir die Möglichkeit, da irgendwas mit zu machen. Das wollen wir heute ändern. Wir wollen heute Remote Wireshark Capture machen und zwar über SSH Remote Capture. SSH Remote Capture ist ein Feature von Wireshark und das wollen wir hier benutzen. Und diese Option wird uns direkt hier angezeigt. Das heißt, wenn ihr Wireshark gestartet habt, dann könnt ihr hier direkt auf SSH Remote Capture gehen. Und dann könnt ihr hier auch eintragen, wo denn euer Remote Server liegen soll. In meinem Fall ist das der Server 65108.137.179. Wir haben den SSH Port nicht geändert, sprich unser Port bleibt hier bei 22. Jetzt müssen wir uns hier natürlich authentifizieren und dazu gehen wir hierher und tragen hier den Root ein. Wir müssen den Private Key auswählen, den Pfad dazu zumindest, den werde ich allerdings gleich wieder löschen. Wir haben hier aber zum Beispiel die IDS ECDSA. Dann können wir hier den Dings eingeben, das Passwort für unseren SSH Schlüssel. Und wir können hier sagen, welche Interfaces wir benutzen wollen. Da könnt ihr euch jetzt entscheiden, ob ihr die VMBR 0 haben wollt oder ob ihr ENP9S 0 haben wollt. In unserem Fall wollen wir das so machen. Wir wollen auf der anderen Maschine kein Sudo benutzen, brauchen wir eigentlich nicht. Können wir, wobei brauchen wir eh nicht. Remote Capture Filter haben wir an der Stelle noch keinen, brauchen wir auch noch nicht. Außer zwei Sachen. Und zwar einmal soll der Host bitte der hier sein. Und wir wollen nicht, bitte nicht die sein. Und wir wollen nicht Port 22 abhören. Warum kein Port 22, fragt ihr euch vielleicht? Na ja ganz einfach, weil die Pakete über SSH übertragen werden. SSH Remote Capture mit SSH Dump. Ja. Und genau das macht es quasi unmöglich, auf Port 22 zu lauschen. Weil sonst kriegen wir jedes Paket, was an uns geschickt wird, nochmal. Und das ist halt so eine Endlosschleife. Dann kriegt ihr nur noch eure eigenen Pakete, die eigentlich zu diesem SSH Dump dazugehören. Okay. Wir starten das Ganze mal. Und schauen uns mal an, was der Server so empfängt. Und wir sehen hier schon tatsächlich direkt, was eigentlich alles reingekommen ist. Wir sehen einige SSH Verbindungen, was ein bisschen weird ist. Die wir eigentlich ja gerade ausgeklammert haben. Das hat nicht gut funktioniert. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir filtern einfach mal nach TCP. So. Bitte. Nur TCP. Achso. Halt. Ja, SSH ist auch TCP. Port. Naja, Quatsch. TCP. Wenn ich jetzt keine Wurstfinger hätte, ne? TCP. Port ist gleich 8006. Das wollen wir doch sehen. So. Und ja, den Rest, den brauchen wir hier eigentlich. Ups. Brauchen wir gar nicht. So. Den können wir hier quasi vergessen. Jetzt gehen wir hier einmal kurz her und gehen auf unseren 8006er Port. und laden diese Seite mal. So, dann sehen wir hier, TLS Pakete kommen an von meiner IP Adresse, die ich gleich noch ausblören muss. Das darf ich nicht vergessen. Und ja, wir können sehen, aha, diese Website lädt. Und wenn wir jetzt das andere Interface mit abhören, dann sehen wir das auch. Das heißt, so kann man natürlich jetzt auch sehr, sehr gut Netzwerkverbindungen analysieren, die gar nicht bei mir liegen. Ich brauche nur SSH-Zugriff darauf und schon kann ich eigentlich alles mitschneiden. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich. Okay, in dem Sinne war es das eigentlich schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.